Meine Hände zittern immer noch, wenn ich an Brainiacs Sammlung von Krypton denke. Ich will der gestohlenen Welt eine zweite Chance geben. Eine Verbindung mit Brainiacs Schiff wäre zu riskant. Es muss einen sichereren Weg geben. Ich bin so froh über die Justice League. Barry, Professor Stein, sie haben mir so viel beigebracht. Jeden Tag kommen wir der Umkehrung Brainiacs Sammlung einen Schritt näher. Wenn wir es schaffen, wählen wir das richtige Sternensystem. Brainiacs Opfer werden wiedergeboren. Argo City, Kandor, Doppelstädte, Überlebende. Zu spät für Kal'El. Aber ich werde unser Volk retten.